Herzlich willkommen zurück im Microsoft Flight Simulator mit einem neuen Video und einem neuen Flugzeug, nämlich dem A310. Als Teil des 40th Anniversary Update, das vor kurzem für den Microsoft Flight Simulator erschienen ist, haben wir auch den Airbus A310 kostenlos mit dazu bekommen. Der Hersteller Inibills ist auch kein Unbekannter, wer in X-Plan 11 schon unterwegs war, der kennt die Produkte schon und jetzt hat dieses Produkt eben auch den Einzug in den Microsoft Flight Simulator gefunden und mit dem Herunterladen des Updates bekommt er diesen Flieger auch automatisch bei euch im Sim zur Verfügung gestellt. Wir wollen uns heute mal zusammen angucken, wie man den Flieger anschaltet, wie man einen ganz normalen Flug durchführt und das Ganze auf der Strecke von Düsseldorf nach München für die Lufthansa durchführen. Wer schon den A320 und die Airbus Philosophie kennt und auch vielleicht schon die 737 kennt, der wird einen relativ einfachen Einstieg in den A310 finden, dadurch, dass die Airbus Philosophie eben auch hier schon verbaut ist und so ein bisschen manueller ist der Flieger noch, sagen wir es einfach mal so und das kennen wir dann auch unter anderem schon aus der 737. Für alle, die diese Flugzeuge noch nicht kennen, das ist auch gar kein Problem, das Video sollte euch trotzdem ganz gut helfen, in den Sim einzusteigen und in den A310 einzusteigen, aber alle, die die Flieger davor schon kennen, haben eben ein bisschen einen Vorteil, weil sie bestimmte Sachen einfach wiedererkennen können. Dann lasst uns gar nicht weiter rumschnacken und dann hüpfen wir ins Cockpit und dann schauen wir uns an, wie wir den Flug vorbereiten. Im Cockpit angekommen, fällt uns zuerst mal auf, dass das erstmal nicht so viel mit einem klassischen Airbus, wie wir ihn zum Beispiel im A320 kennen, zu tun hat. Das liegt einfach daran, dass der A310 nochmal ein Stückchen älter ist und dadurch auch noch sehr, sehr viele Rundinstrumente hat. Wenn wir uns jetzt aber gleich mal so ein bisschen im Flieger umschauen, dann werden wir wirklich viele Sachen auch wiedererkennen. Es schaut halt vielleicht nur auf den ersten Blick ein bisschen anders aus, weil das meiste halt eben noch alte klassische Rundinstrumente sind. Was schön ist, wir haben auch hier im Indie-Builds A310 ein Tablet mitgeliefert, über das wir dann später sehr viel steuern können. Da haben wir eine Checkliste drauf, da können wir verschiedene Einstellungen vornehmen, können unsere Departure-Performance ausrechnen und so weiter. Dem widmen wir uns aber gleich. Ihr seht, das Flugzeug ist an sich noch im Cold & Dark. Wir schauen uns einmal ganz kurz um. Wir schauen, dass unsere Triebwerke ausgeschaltet sind. Die Parkbremse ist gesetzt, Schubhebel sind auch auf Idle, das Fahrwerk ist unten und die Scheibenwischer, die Wiper sind auch ausgeschaltet. Das ist so ein klassisches Ding, das checkt man immer einmal beim Airbus, weil man möchte nicht, wenn man den Flieger einschaltet, dass dann plötzlich eventuell sogar die Triebwerke starten. Um den Flieger jetzt einzuschalten, begeben wir uns einmal hier ins Overhead-Panel und das sieht für einen Airbus-Liebhaber erstmal super unübersichtlich aus. Wir werden uns das jetzt aber gleich einmal durchwurschteln und dann werdet ihr sehen, dass das auch trotzdem viel mit einem modernen Airbus A320 zu tun hat. Zunächst mal müssen wir auch wie im A320 unsere Batterien einschalten. Hier im A310 sind es nicht nur zwei Batterien, sondern es sind sogar drei Batterien und die finden wir hier oben in unserem Electric-Panel und dann schalten wir die Batterien in der Reihenfolge 1, 2 und 3 einmal an und dann seht ihr wie im A320 hier unten auch einmal einen Schalter für die external Power. Da steht ein Available Light, das heißt die Ground Power Unit steht für uns zur Verfügung, die können wir also direkt auch mit drauf schalten. Sollte das bei euch noch nicht grün leuchten, müsst ihr einmal ins Tablet gehen und dort in den Ground-Einstellungen eure GPU aktivieren. Ansonsten war der Airbus A310 das erste Flugzeug, bei dem die sogenannte All White Lights of Philosophy galt. Das heißt ganz generell, man macht alle weißen Lichter aus und im Flug sollten im Overhead-Panel im Optimalfall keine Lichter leuchten, nur leuchtende Lichter deuten auf Systeme hin, die fehlerhaft sind. Damit unser Flugzeug jetzt gleich erstmal weiß, wo es ist, gehen wir hier ganz in die oberste Leiste unseres Overhead-Panels. Dort finden wir unsere Inertial Reference Systems, die Trägheitsnavigationseinrichtungen des Flugzeuges und das ist wie im A320 auch. Wir haben hier auf der linken Seite das System 1, das schalten wir zuerst auf NAV, dann haben wir auf der rechten Seite das Zweiersystem, das schalten wir als nächstes auf NAV und als drittes das hier in der Mitte auch einmal auf NAV. Damit gehen die Systeme jetzt in den Align-Mode und der Flieger braucht jetzt so ungefähr 8-10 Minuten, um einmal herauszufinden, wo er gerade steht. Dann gehen wir ganz normal von oben links nach unten rechts durch unser Overhead-Panel und das ist hier so schön in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Als erstes kommen hier die Spoiler und Speedbrakes, da haben wir aktuell noch ein paar Faultlights, das ist aber auch ganz normal, weil die Hydraulik ja noch nicht funktioniert, also funktionieren auch unsere Steuerflächen aktuell noch nicht. Hier können wir über die Faultlights einmal alle hinwegsehen. Dann kommt unser Hydraulik-Panel, auch da haben wir noch aktuell Faultlights logischerweise oder Low-Pressure-Lights besser gesagt, weil auch auf den Hydrauliksystemen aktuell noch kein Druck drauf ist. Und dann haben wir hier unten einmal Einstellungen für die Lichter und können auch hier schon mal die Seed-Bell-Signs anschalten und die No-Smoking-Signs auf Auto stellen. Auf der linken Seite kennen wir auch aus dem A320 den Ground-Control-Knopf, der ist jetzt hier nicht hier unten versteckt, sondern einmal hier auf der oberen Hälfte des Panels und auch da drücken wir einmal drauf. Damit sorgen wir dafür, dass unsere Cockpit-Gespräche am Boden auch aufgezeichnet werden, solange die Triebwerke nicht laufen. Dann gehen wir hier ins zweite Panel. Hier oben können wir einmal gucken, wie die Loads auf unseren Batterien sind. Das können wir jetzt aber mal überspringen. Hier können wir die Fire-Tests machen. Das machen wir zuerst mal für das linke Triebwerk. Wenn wir schon dabei sind, machen wir das gleich auch noch einmal für die APU mit. Auch das funktioniert wunderbar. Und für das Engine 2 die Fire-Protection testen wir auch noch einmal. Ihr seht, das Licht leuchtet, es bümmelt und genauso soll das auch sein. Wichtig ist vor allem diese Fire-Tests zu machen, bevor man die jeweilige Einheit startet. Das heißt auch, wenn man keine Ground-Power zur Verfügung hat und direkt die APU startet, muss man auf jeden Fall vorher diesen Fire-Test machen, dass das Flugzeug einen eben auch warnt, sollte ein Feuer vorhanden sein. Dann gehen wir weiter durch das Panel. Hier sind alle Lichter aus. Hier seht ihr unser Electric-Panel. Das kommt jetzt auch schon relativ gut aus dem Airbus A320 bekannt vor. Und dann seht ihr hier unten noch ein paar Fortlights an den Generatoren. Auch das ist normal. Triebwerke laufen ja noch nicht. Den Galley-Shed können wir einmal ausschalten. Damit wird auch die Galley voll mit Strom versorgt. Und dann schalten wir hier unten einmal unsere zwei Yaw-Demper an und unsere ATS, also die Auto-Thrust-Systems, das wir dann später auch unseren Auto-Thrust benutzen können. Auch den Pitch-Trim müssen wir später noch einschalten. Der funktioniert aber erst, sobald unser Inertial-Reference-System aligned ist. Das heißt, wenn wir diesen Schalter jetzt hochschalten würden, seht ihr, die springen auch automatisch wieder nach unten. Da müssen wir also noch einen kleinen Moment mit warten. Dann haben wir hier unsere Außenlichter. Die Strobe-Lights gehen auf Auto, die Nav-Logo-Lights gehen auf 1. Den Rest können wir so erstmal auslassen. Und dann machen wir mit dem mittleren Panel hier oben weiter. APU-Fire-Test haben wir gemacht. Ansonsten sind hier alle Lichter aus. Und dann gilt, wie gesagt, die Au-Wide-Lights-Off-Philosophie. Wir schalten also einmal alle Fuel-Pumps an. Wobei anschalten ist der falsche Begriff. Theoretisch kann jetzt nur auf diese Fuel-Pumps zugegriffen werden. Heißt nicht unbedingt auch, dass die jetzt aktiv am Laufen sind. Dann ist unser Engine Start-Switch auf Ignition-Off. Das heißt, hier unten werden wir nachher unser Triebwerk starten. Hier sind alle Lichter aus. Das ist okay. Die Wiper sind auch auf Off. Und dann machen wir hier im zweiten Panel von rechts weiter. Hier oben haben wir unser Ventilation. Da sind auch alle Lichter aus. Da müssen wir eigentlich sonst auch nichts anfassen. Das ist also okay so. Dann haben wir hier unseren Crew-Oxygen. Auch das kennen wir aus dem 3.20. Den machen wir einmal auf On, sodass wir als Crew auch auf den Oxygen-Vorrat zugreifen können. Und dann haben wir hier unten noch, wie wir es aus der 3.7 zum Beispiel kennen, einmal das Probe-Heat und das Window-Heat. Also Probe-Heat, dass unsere Pito-Rohre draußen beheizt werden und Window-Heat, dass unsere Fenster hier im Cockpit beheizt werden. Auch hier gilt All-White-Lights-Off. Das heißt, wir schalten einmal die Probe-Heats auf Auto, ebenso wie die Window-Heater. Hier unten ist unser Pressurization-Panel. Auch das ist sehr, sehr wichtig. Da müssen wir jetzt aber auch erstmal nichts einstellen. Wir könnten hier manuell den Kabinendruck einstellen und die Vertical-Speed der Kabine, aber im Optimalfall kümmert sich der Airbus da voll und ganz selbst drum. Dann gucken wir noch einmal durch die rechte Seite. Hier können wir die Temperaturen für die Kabine einstellen. Da müssen wir aber jetzt erstmal auch nichts anfassen. Da steht alles auf Auto. Kümmert sich also der Flieger drum. Und an den Packs haben wir aktuell auch noch zwei Fortlights. Logischerweise haben wir ja nur eine Ground-Power verbunden, die sorgt ja noch nicht dafür, dass unser Flieger Druckluft bekommt. Also bekommen auch die Packs noch keine Luft. Und entsprechend sind hier die Faultlights. Hier unten können wir die Bleed dann noch einstellen. Können auch später unsere APU-Bleed mit dazu nehmen. Da müssen wir jetzt aber erstmal soweit auch nichts anfassen. Und dann sind wir mit unserem ersten Flow im Overhead fertig. Als nächstes wollen wir uns mal unserem EFB widmen, dem Electronic Flight Bag, und mal gucken, was wir da so alles drin finden. Hier können wir dann erstmal unsere Fluginformationen später angucken. Dafür müssen wir die dann aber auch erst in die MCU geladen haben. Dann haben wir hier eine Einstellungsseite, wo wir dann unter anderem auswählen können, was unser Standard-State vom Flugzeug sein soll. Also ob das Flugzeug immer im Cold & Dark sein soll, wenn wir es anwerfen. Oder beziehungsweise wenn wir reinladen. Oder soll es direkt schon ready for take-off sein. Dann haben wir hier eine Ground-Service-Seite. Dort können wir dann sowas wie Türen ansteuern. Hier könnt ihr auch eure GPU dazuholen. Haben eine Checkliste. Der widmen wir uns dann später. Und dann hier eine sehr, sehr schöne Seite, um unsere Departure-Performance auszurechnen. Das machen wir gleich. Als erstes kümmern wir uns aber erstmal darum, dass wir hier unsere Gewichte in den Flieger eingeben. Und jetzt habt ihr hier unten die Möglichkeit, einmal die Passagieranzahl festzulegen, einmal die Cargo-Anzahl festzulegen und einmal den Fuel festzulegen. Und dafür müsst ihr einfach nur in euren Flugplan von Simbrief gucken. Da stehen dann die ganzen Informationen drinnen. Für unseren Flug heute haben wir 177 Passagiere geplant. Das heißt, bei Passagieren, bei Pax, wählen wir einmal 177 aus. Cargo nehmen wir 4,4 Tonnen mit. Auch den Slider drehen wir also einmal auf 4,4 hoch. Und Sprit für den Flug sollen wir mitnehmen 10,2 Tonnen. Da sich 10,1 Tonnen so ein bisschen schlecht einstellen lässt, nehmen wir einfach 10,4 Tonnen mit. Wir wollen ja immer auf der konservativen Seite rechnen. Also haben wir dann halt 200 Kilo mehr als geplant dabei. Jetzt können wir hier einmal auf Apply drücken. Und dann seht ihr, der Schwerpunkt vom Flieger verlagert sich automatisch. Die Gewichte werden angepasst. Und schon ist unser Flieger beladen. Sowohl mit Passagieren und Gepäck, als auch mit dem nötigen Sprit für den Flug. Das können wir hier unten dann noch gleich einmal bestätigen, indem wir uns hier unserem ICAM widmen. Auch das kennt ihr schon aus dem Airbus. Und da können wir die Fuel-Page hier in dem Fall mal aufrufen. Und dann seht ihr, wir haben ein Total Fuel von 10,4 Tonnen dabei. Das ist also in Ordnung. Sprit ist drinnen. Gewicht vom Flieger sollte also so passen, wie es im Flugplan steht. Dann haben wir hier, wie aus dem Airbus A320 bekannt, erstmal unsere Data-Seite. Dort gucken wir, ob wir die richtigen Triebwerke hinterlegt haben. Und ob unsere Database auch aktuell ist. Beides ist hier der Fall. Und dann können wir als allererstes mal ins Menü gehen, unter Arcas. Und dann hier, wenn wir unseren Simbrief-Username eingegeben haben, Request Simbrief drücken. Und dann wird direkt der Flug hier einmal in die MCDU hochgeladen. Und dann können wir erstmal gucken, hier ist die richtige Route drin. Es geht von Düsseldorf nach München. Hier seht ihr unsere aktuelle Position. Der Cost-Index steht bewusst bei 0, weil man im Simbrief-Profil keinen Cost-Index angegeben hat, sondern einfach eine bestimmte Mach-Number fliegt mit dem Flieger. Deswegen steht hier bei Cost-Index auch 0 drin. Hier klicken wir jetzt auf Align IAS. Damit wird dann unser Flugzeug auch final erledigt, sobald die IAS ready sind. Und hier unten geben wir noch unsere Flugnummer ein. Das ist heute die Lufthansa 2 Alpha Charlie. Ansonsten kommt einem so im Großen und Ganzen die MCDU schon bekannt vor, wie aus dem 320 oder 330. Aber dadurch, dass das Modell noch mal ein bisschen älter ist, sind doch auch noch einige Unterschiede, die man hier finden kann. Was für den Anfang immer nicht schlecht ist, wenn man einmal hier auf ATIS geht und sich ein Wetter für den Departure Airport holt, da kann man nämlich schon mal ganz gut einschätzen, was man da gleich als Departure Runway und als SID eingeben muss. In unserem Fall haben wir jetzt in Düsseldorf einen Wind aus 150 Grad mit 7 Knoten. Es wird also wahrscheinlich die 2-3-Left für den Take-Off geben. Wind ist ein bisschen variabel zwischen 120 Grad und 180 Grad. Clause Visibility OK bei 13 Grad und einem QNH von 1031. Das QNH von 1031 merken wir uns einmal und drehen das direkt schon mal hier in unserem Höhenmesser ein. Und ansonsten haben wir aber gutes Wetter, 13 Grad Außentemperatur. Das Wetter soll sich nicht signifikant ändern. Und wenn wir einmal rausschauen, dann sehen wir, die Sonne scheint. Es könnte also fast nicht besser sein für unseren Flug. Jetzt wissen wir also, woher der Wind kommt. Wir wissen also auch, auf welcher Bahn wir starten. Das heißt, wir können zurück ins Menü gehen, einmal auf das FMS und dann hier auf die Flightplan-Page gehen. Und auch das kommt uns ja schon aus dem 320 bekannt vor. Wir starten in Düsseldorf über eine SID von der Runway 23-Left. Und zwar in unserem Fall die Doden-Niner-Tango-Departure-Route. Jetzt seht ihr hier unten Insert. Da klicken wir einmal drauf. Dann wird das Routing hinzugefügt. Und dann seht ihr, über die Doden-Niner-Tango-Departure-Route geht es bis nach Doden. Danach haben wir unser Routing hochgeladen, wie wir es von Simrief gewohnt sind. Und dann endet das Routing bei Rokiel und dann kommt München. In München möchten wir auch auf eine Arrival, nämlich auf die Rokiel 1-Alpha-Arrival. Für die Runway 08-Left. Und das Ganze dann auch gerne über die Rokiel 08-Transition. Jetzt haben wir so ein bisschen doppelt gemoppelt. Wir haben sowohl die Transition als auch die Arrival drin. Leider funktioniert es aktuell noch nicht anders. Man muss also aktuell noch sowohl Arrival als auch Transition eingeben. Ansonsten kommt hier dieser Insert-Knopf nicht. Normalerweise würde man die Rokiel 1-Alpha-Arrival weglassen, weil man sonst gleich zwei Arrivals hintereinander drin hat. Das zeige ich euch einmal. Ihr seht, unsere Rokiel 1-Alpha-Arrival würde uns von Rokiel nach Mike in der Quebeck führen. Und danach würde das Routing wieder zurück nach Rokiel gehen und dann auf die Transition. Das ist leider noch so ein kleiner Fehler. Der wird wahrscheinlich demnächst dann auch noch behoben. Aber für den Moment löschen wir einfach einmal die Arrival zwischendrin nochmal raus, dass wir die Wegpunkte eben nicht doppelt drin haben. Löschen auch die Discontinuity raus. Und jetzt haben wir eine ganz normale Transition für den Anflug. Dann geht es von Magath aus auf das ILS 08-Left. Auch das schaut gut aus. Und dann können wir schon mal die Gewichte vom Flieger eingeben. Dafür gehen wir zurück auf die Innenseite und können dann hier unten auf Next Page klicken. Kommen wir dann hier auf die uns bekannte Init Bravo Seite, wo wir dann einmal den Block Fuel eingeben. 10,4 Tonnen. Unser Zero Fuel Weight, das finden wir auch hier nochmal an unserer Mass and Balance Seite. 98.726 Kilogramm. Das heißt, wir rechnen es konservativ. Wir haben einen Zero Fuel Weight also von 98,8. Das geben wir hier ein. Das Takeoff Cross Weight wird uns dann automatisch angezeigt, weil der Flieger weiß ja also, was er ohne Sprit wiegt und was er an Sprit noch oben drauf rechnet. So kommt er dann auf das Takeoff Cross Weight. Unser Landing Weight wird etwas über 100 Tonnen später noch sein. Und das CG finden wir auch hier drüben. Nämlich ist das bei 26,0 in unserem Fall. Auch das geben wir noch einmal ein. Und dann hat der Flieger alle Gewichte, die er dann später braucht. Was wir eben jetzt noch einmal sagen ist, wie viel von unserem mitgenommenen Sprit ist für Alternate mit dabei. Das finden wir jetzt nicht hier in unserem EFB, sondern da müssen wir auch noch einmal in unseren Flugplan gucken. Und in unserem Fall ist unser Alternate heute der Flughafen Leipzig. Wenn wir dahin fliegen wollen, müssten wir 3,3 Tonnen mitnehmen. Das heißt, unser Alternate Fuel sind 3,3. Und damit weiß der Flieger jetzt also, ich brauche so und so viel Sprit fürs Taxi. Ich brauche so und so viel Sprit für den eigentlichen Flug. Ich habe so und so viel Reserve noch dabei, so und so viel Alternate Fuel. Und daraus kann er dann auch errechnen, wie viel extra Sprit er noch dabei hat. Als nächstes gehen wir auf die Takeoff Approach Seite. Da können wir nämlich jetzt unsere Takeoff Performance ausrechnen. Und dafür gehen wir wieder zurück in unser EFB. Da können wir nämlich jetzt hier einmal auf das Flugzeug Symbol klicken und können dann hier jetzt eingeben, wie unsere Bedingungen sind, was unser Flugzeug aktuell für Parameter hat. Und dann sagt uns das Tool wiederum, mit welchen Geschwindigkeiten wir später starten. Wir starten auf der Runway 2,3 Left von DIMA 2. Das heißt, wir haben eine Takeoff Runway Available von 2500 Metern. Das findet ihr immer in euren Karten. Unsere Bahn ist trocken. Das Heading unserer Bahn sind 232 Grad. Auch das müssen wir einmal eingeben, ebenso wie den aktuellen Wind. Wir hatten gesagt, in Düsseldorf haben wir Wind aus 150 Grad mit sieben Knoten. Bei einer aktuellen Außentemperatur von 13 Grad und einem QNH von 1031. Damit sind die Wetterinformationen schon mal drinnen. Jetzt müssen wir noch die Gewichte vom Flieger einmal eingeben. Unser Tool hat uns ja vorhin gesagt, wir haben einen Takeoff Gross Weight von 108,8 Tonnen. Hier können wir die Flaps und Slats auswählen. Da würde ich einfach erstmal 15 und 0 ausprobieren, wenn das gut funktioniert. Dann ist das die optimale Einstellung. Ansonsten kann man dann hier auch noch 15,15 auswählen. Das heißt, Slats auf 15 und Flaps auf 15 oder sogar beides auf 20 Stellen ist dann für sehr kurze Bahn. Ich denke, hier in Düsseldorf mit 2500 Metern sollte Slats 15 und Flaps 0 eigentlich eine ganz gute Einstellung sein. Was es damit dann genau auf sich hat, gucken wir uns später auch noch gemeinsam an. Anti-Eyes ist off. Air Conditioning lassen wir gerne auf on. Und dann können wir hier auf Calculate drücken. Und dann rechnet uns der Flieger eine Performance aus. Und ihr seht, wir können mit 59 Grad Flex starten. Und unsere Takeoff Speeds sind 135 und 135 und 154. Das heißt, wir können die 135 als V1 und 135 als VR hier schon einmal eingeben. Und unsere V2, seht ihr, da stehen jetzt noch 100 Knoten und in Klammern FCU dabei. Das heißt also, wir können den Wert für die V2 nicht hier in die MCDU eingeben, sondern wir drehen unsere Speed hier oben bei unserer Indicated Airspeed ein. Dass wir aber überhaupt hier was eingeben können, ihr seht, die Anzeigen sind aktuell noch dunkel. Müssen wir jetzt nochmal ins Overhead gehen. Wo unsere IIS jetzt allein sind, können wir jetzt den Pitch Trim einschalten. Und wenn der eingeschaltet ist, dann seht ihr auch, erwacht hier oben unsere FCU zum Leben. Wir drehen also jetzt unsere 156 Knoten, unsere V2, so wie wir sie aus der Boeing kennen, auch einmal hier oben ein. Und wenn wir die dann eingedreht haben, sollten wir unten in der MCDU auch sehen, dass die Geschwindigkeit jetzt entsprechend bei der V2 drinsteht. Und das ist auch der Fall. Dann können wir für die Redundanz noch einmal hier in den Secondary Flight Plan gehen und unseren aktiven Flugplan kopieren. Das heißt, wir haben den aktiven Flugplan jetzt hier nochmal auf dem Standby hinten hinterlegt. Sollte also so zum Beispiel nachher unser primärer Flugplan aus irgendwelchen Gründen nicht mehr funktionieren, hätten wir den im Secondary nochmal drinnen und könnten ihn von dort aus aktivieren. Jetzt haben wir gesagt, wir wollen mit 59 Grad Flex starten. Das haben wir aber noch gar nicht eingestellt. Wenn wir hier auf die Takeoff Approach Seite gucken, dann seht ihr hier, wir haben zwar Geschwindigkeiten drin, wir haben auch F und S Speeds drin, wir haben Engine Out Acceleration und so weiter, aber wir haben nichts, wo wir einstellen können, mit welcher Flex Temperature wir starten. Und deswegen gehen wir jetzt einmal hier rüber und dort seht ihr unser sogenannte TRP, das Thrust Rating Panel. Und hierüber können wir dann später einstellen, wie viel Power wir zum Beispiel für den Takeoff benutzen wollen, können aber dann auch unseren Climb und Cruise Thrust setzen. Aktuell ist Toga ausgewählt, das heißt, der Flieger würde einen Full Power Takeoff machen. Wir haben ja gesagt, wir möchten gerne mit einer Flex Temperature starten, also mit einer reduzierten Startleistung. Dafür gehen wir dann hier unten auf Flex Takeoff. Ihr zählt hier, ist aktuell eine Flex Temperature von 40 Grad gewählt. Unsere Flex Temperature waren ja 59 Grad. Und mit Flex 59 haben wir also dann nicht mehr einen Thrust von 100% oder über 100%, sondern nur noch einen Thrust von knapp 96% für den Takeoff. Und das schont etwas unsere Triebwerke. Dann haben wir das schon einmal eingegeben. Dann können wir als nächstes auch noch unseren Initial Climb hier oben eindrehen. Wir haben für die Departure später 5000 Fuß. Und wir hatten auch schon gesagt, das Runway Heading sind 232 Grad. Auch wie ihr es aus der Boeing schon kennt, drehen wir das hier oben einmal bei Headings Select ein. Und für den Takeoff später können wir schon mal den Profile Mode armen und den Nav Mode armen. Der Nav Mode ist ganz normal der Nav Mode, den ihr auch schon aus dem A320 kennt. Oder der L-Nav Mode, wie wir ihn aus der Boeing kennt. Der Profile Mode hingegen ist der V-Nav Mode oder der Managed Climb oder Managed Descent Mode. Einzige Einschränkung, die man bedenken muss, wenn man hier mit dem Profile Mode ein Altitude Constraint in der Departure hat, also eine Höhenbeschränkung, die man nicht übersteigen darf, dann muss man dieselbe einhalten. Das kann der A310 noch nicht. Im Descent wiederum, da kann er das. Das soll es jetzt erstmal für den ersten Teil dieser A310 Tutorial Reihe sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Fragen habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn ihr möchtet, schaut gerne auch mal in einem meiner Twitch-Livestreams vorbei. Da fliegen wir den A310 und andere Flugzeuge regelmäßig. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne im nächsten Video zum zweiten Teil des Tutorials hier auf dem Kanal wieder. Bis dahin, macht's gut und always happy landings. Bis dahin, macht's gut und always happy landings.